Ich habe einen echten Präsidenten ans Mikrofon bekommen, mit dem ich mich ein gutes Gespräch führen kann über das Thema KI, also Künstliche Intelligenz und Prozessmanagement. Es ist kein geringerer als der Präsident der Association of Business Process Management Professionals oder kurz ABPMP für den deutschsprachigen Raum, nämlich Deutschland, Österreich und Schweiz. Seien Sie gespannt auf eine neue Folge von Schröder fragt nach. Ach, vielen Dank, Björn, dass du heute die Zeit gefunden hast, dich mit mir zu unterhalten über das ganze Thema Prozessmanagement und Künstliche Intelligenz. Da bewegt sich ja im Moment gerade ganz, ganz viel und ich bin also sehr froh, dass du vielleicht auch als Präsident oder Chairman von dem deutschen Chapter der ABPMP etwas mit dazu sagen kannst. Das finde ich nämlich ein super spannendes Thema. In welcher Weise siehst du denn eigentlich so Künstliche Intelligenz oder sowas eigentlich als Bereicherung für das Prozessmanagement? Siehst du das oder eher als Bedrohung von Prozessmanagement oder wird alles ganz anders? Was ist denn so deine Einschätzung dazu? Gleich in medias res. Ich sehe es nicht als Bedrohung. Eigentlich eher im Moment, in der aktuellen Situation eher als Ergänzung. Wir sehen bei den großen Unternehmen, dass sie Künstliche Intelligenz nutzen als Ressource im Prozess, wo die Künstliche Intelligenz beispielsweise genutzt wird, um im weitesten Sinne Vorschläge zu machen oder als Assistenz für die Prozessausführenden zur Verfügung zu stehen. Wir würden das als Endpunkt in einem Prozess bezeichnen, der einfach mit integriert wird. Die Sache, dass die Künstliche Intelligenz das Prozessmanagement übernimmt, also sozusagen ganze Prozesse plant, designt, optimiert, das sehe ich in der Praxis noch nicht. Das scheint eher eine akademische Frage aktuell zu sein. Da sind ganz vielversprechende Ansätze dabei, aber Stand heute, würde ich sagen, haben wir den Punkt noch nicht erreicht. Jetzt hatte ich ja schon ein erstes Stichwort gesagt hier, Herr Präsident vom deutschen Chapter der ABPMP und so weiter. Magst du dich noch vielleicht, für alle, die ihn noch nicht näher kennen, noch mal kurz vorstellen? Ja, gern. Also, mein Name ist Björn Richard-Sagen. Ich vertrete seit 2020, 2021 die Association of Business Process Management Professionals im deutschsprachigen Raum. Die ABPMP sieht sich als Berufsverband der Prozessmanager und pflegt einen sogenannten Body of Knowledge, also einen gemeinsamen Wissenskanon zum Thema Prozessmanagement. Und im DACH-Chapter, dessen Vorsitzender ich bin, sind wir dafür zuständig, das Community Management zu betreiben. Ansonsten habe ich ein kleines Beratungsunternehmen zum Thema Prozessmanagement, in dem wir die klassischen Prozessmanagement-Aufgaben wahrnehmen, von der Prozessaufnahme über die Optimierung, gegebenenfalls sogar Digitalisierung, auf jeden Fall organisatorische Verankerung. All das, was sozusagen aus prozessualer Sicht da betreut werden muss, vertreten wir hier auch als Beratungsunternehmen. Genau. Jetzt hast du ja gerade gesagt, du vernetzt quasi so die Prozessmanager und ihr seid so fürs Community Management mit da, dass die Leute gut zusammenarbeiten, sich auch austauschen können. Und inwieweit ist denn das Thema KI eigentlich bei euch jetzt im Chapter da wirklich ein Thema geworden? Gibt es da eine Gruppe dazu oder forscht man da dran oder wie sieht es da aus? Zweischneidig. Also wir haben natürlich Kontakt zur akademischen Welt. Also wenn wir jetzt beispielsweise Richtung HU hier Professor Jan Mendling reden oder wenn wir über, jetzt ist der Name gerade weg, warte, gleich fällt einem mir ein, ein Professor aus Thaligen, muss ich gleich mal nachreichen. Also da gibt es schon Publikationen in die Richtung, dass da ein bisschen was passiert. Im Chapter selbst haben wir mehrere Softwareanbieter im KI-Umfeld, die sagen, dass sie da einen Mehrwert und Nutzen beibringen wollen. Das sind so die Kontakte, aber es gibt keine Arbeitsgruppe aktuell im deutschsprachigen Raum. Ich habe ja auch euer Standardwerk mit gelesen, den Body of Knowledge und so weiter. Ich bin ein großer Freund davon. Also das muss für jeden Prozessmanager. Und da habt ihr ja eigentlich auch sehr viele neue Themen immer mit drin. Also ich weiß, so Kapitel 9, 10, 11 und so weiter, da waren dann so Blockchain-Technologien zum Beispiel. Das ist jetzt schon länger sicherlich ein Thema geworden. Aber jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass es vielleicht auch ein Kapitel für KI geben wird, wie man sowas einsetzen kann und was es eigentlich für Prozessmanagement bedeutet. Ja, das wird es mit Sicherheit geben. Das Body of Knowledge versteht sich als Werk der angewandten Methoden und Technologien. Also das Buch hat nicht den Anspruch, sozusagen den allerletzten Trend abzudecken. Deswegen ist sicherlich die künstliche Intelligenz in der aktuellen Version noch nicht bearbeitet worden. Aber ich sehe das schon auch kommen, dass wir da in der nächsten Version das Thema mit integrieren werden, weil wir auch in der Anwendung sehen, dass immer mehr Unternehmen sich damit beschäftigen und dann tatsächlich auch künstliche Intelligenz integrieren in ihre Prozesse. Jetzt sehen wir ja schon einen ganz tiefen Impact eigentlich von KI auf die Prozesse selbst. Wenn wir jetzt über Bilderkennung zum Beispiel denken im Medizinbereich, wo sich Prozesse wirklich massiv verändern, wenn wir sehen, wie KI verwendet wird, ich sage mal so alles, was so Richtung Journalismus geht oder textbasiertes Arbeiten, passiert wahnsinnig viel. Also in den Kernprozessen von vielen Berufsgruppen passiert das sehr viel. Inwieweit sind denn KI-Anwendungen eigentlich schon auch am Arbeiten für Prozessmanagement? Also dass ich jetzt tatsächlich die typischen Management-Disziplinen mit KI bearbeite und nicht den eigentlichen Kernprozess unterstütze? Da müssen wir vielleicht ein bisschen unterscheiden. Also das, was wir beobachten, ist das, also begriffliche Trennung, KI, also selbstlernende Algorithmen quasi mal zusammengefasst. In Abgrenzung dazu beispielsweise maschinelles Lernen. Maschinelles Lernen sehen wir in Produktionsprozessen, insbesondere in der Pharmaindustrie, schon seit einer geraumen Zeit. Da geht es in der Regel darum, um Rezepturen oder GERB-Prozesse oder sowas bezüglich ihrer Parameter zu optimieren. Was die künstliche Intelligenz als solches angeht, sind in den Branchen noch Schwierigkeiten, weil auch gar keine gesetzlichen Voraussetzungen dafür geschaffen sind. Also beispielsweise müssen bestimmte Rezepturen nachvollziehbar sein, auch wie sie entstanden sind. Das lässt KI in der Stelle nicht zu, weil ich halt nicht nachvollziehen kann, wie die KI zu ihren Ideen gekommen ist. Ja, also da hat sozusagen die externe Regulatorik einen Riegel vorgeschoben. Was wir ansonsten noch so sehen, es gibt so, ich nenne sie mal zarte Pflänzchen, die Sollprozessgenerationen machen auf Basis einer bestimmten Datengrundlage. Also in der KI brauchen wir immer so ein Language Model, das wir mit Daten füttern müssen. Aber in einigen Branchen, basierend beispielsweise auf so Frameworks wie APQC, sehen wir schon, dass da auch generativ Prozessmodelle durch eine KI für eine bestimmte Problemstellung erstellt werden. Aber ich würde es als zartes Pflänzchen bezeichnen. Wir haben gerade gesagt, Frameworks, APQC und so weiter, dass die schon auch durch die KI vielleicht bestimmte Prozesse für bestimmte Themen auch aufnehmen, die vielleicht von der KI erstellt worden sind. Bedroht irgendwann die KI solche Frameworks? Weil letztendlich sind es ja auch Trainingsdaten, dass ich eben den Bestand von größeren Frameworks mitnehme und die KI damit trainiert wird, sei es gefragt oder ungefragt. Wir wissen, dass manche KIs auch ungefragt trainiert werden, wo wir dann also letztendlich auch Probleme haben mit Urheberrecht und einigen Dingen. Wie siehst du das in Zukunft? Also ich glaube, wenn man Prozessmanagement als Disziplin versteht, die die Gesamtorganisation auf ein Marktmodell oder auf einen Markt ausrichtet, sehe ich den nahtlosen Ersatz durch KI in ziemlich weiter Ferne. Also es braucht immer noch die intellektuelle Leistung, für welche Kunden ich welche Touchpoints anbiete, wie ich die Leistung an den Touchpoints erbringe. Das ist konzeptionell intellektuelle Arbeit, würde ich behaupten. Ich will nicht ausschließen, dass wir irgendwann mal dahin kommen, aber im Moment sehe ich da erstmal noch keine Gefahr. Im Moment ist die KI eher so, wie wir sie sehen, an Stellen, wo sie klassische Arbeit verrichtet, die nicht sonderlich konzeptionell, wie soll ich sagen, basiert war, sondern eher so eine Entlastung derjenigen, die vorher die Arbeit selbst gemacht haben. Du hast gerade angesprochen gehabt, dass KI problematisch wird in den Bereichen, wo es beispielsweise Regulierung im Thema spielt, Rezepturen müssen nachvollziehbar bleiben und nicht einfach nur aus Zufall von der KI irgendwie gemischt wird und Ähnliches. Inwieweit schlägt denn eigentlich KI dann durch, auch bei dem Thema Massendaten verarbeiten, Compliance, Dinge finden, die man vielleicht als Mensch übersehen hätte und so weiter? Wie siehst du da denn den Einsatz von KI gerade im Bereich Buchhaltung, gerade bei größeren Unternehmen, wo ich eigentlich den einzelnen Buchungsvorfall mit Sicherheit zwar vielleicht prüfen kann, aber es bleiben immer nur Stichproben letztendlich. Also Compliance, Fraud Prevention und Ähnliches. Ja, auch da würde ich KI als solches nicht sehen, sondern das sind eher Lernalgorithmen. Wenn ich Ausbrecher habe aus meinem normalen Bearbeitungsfluss oder irgendwelche Schwellwerte überschreite, was Rechnungsbeträge angeht oder so, das sind eigentlich weniger KI-Fragestellungen meines Erachtens, sondern eigentlich eher, ja, ich würde da eher mit so Themen wie Process Mining an diese Problematik herangehen. Ja, erkenne ich Pattern, Pattern Recognition, die mir irgendwelche Hinweise auf Fraud-Tatbestände geben oder, ja, Maverick-Processing, so Sachen. Das würde ich nicht als KI oder unter dem Stichwort KI fassen wollen. Ich glaube, dafür haben wir sogar etablierte Technologien, wie beispielsweise das Process Mining. Die können das ganz gut tun. Genau, sind aber natürlich auch irgendwie ein Pflaster. Also wenn ich Prozessmanagement gut auf die Beine gestellt habe und meine Prozesse gut im Griff habe, dann sollte da ja möglichst wenig Abweichung erkennbar sein, um es vielleicht mal so auszudrücken. Genau, im Nachgang kontrollieren ist immer blöder wie im Vorfeld einfach vermeiden. Genau, ja. Ja, ganz klar, wie im Qualitätsmanagement auch, Qualität ist am Anfang der Kette und nicht am Ende. Siehst du eine Zukunft, in der die KI nicht nur eine unterstützende ist, sondern vielleicht auch leitende Rollen im Prozessmanagement übernimmt? Also wo kann es denn wirklich tatsächlich, der Prozessmodellierer, sage ich jetzt mal, der aus einem Interview zum Beispiel, das können wir auch ja letztendlich auswerten über eine KI, also Sprache zu Text und Ähnliches, und dann danach ein vernünftiges, saudos und valides Modell erstellt in einer Software, in irgendeiner BPMN-Suite. Kann das passieren, dass der Modellierer dann einfach wegfällt und durch die KI ersetzt wird und wir eigentlich dann viel mehr die Prozesserhebung selber uns darum kümmern sollen und müssen? Also das gibt es bereits, also es gibt zum Beispiel in Spanien ein Unternehmen, das nennt sich Process Talks, da kann ich per Language to, Speech to Model nennen die das, also die schneiden sozusagen Spracheingabe mit, wandeln das in Text an, um und dieser Text wird dann in ein BPMN-Modell in dem Fall umgewandelt. Das ist jetzt auch noch nicht so, also sicherlich keine KI, die da läuft, sondern eher klassische Algorithmik, die da abgearbeitet wird. Das gibt es in der Form schon, aber das ist im Moment noch zumindest an einem Punkt, wo ich sage, das ist assistierend, also man kriegt bestimmt so ein 80-Prozent-Modell und man kann dann auch über Sprache ein 80-Prozent-Modell so modifizieren, dass es sich immer verbessert, aber das ist dann trotzdem eine Form der manuellen Modellierung. Also im Moment würde ich sagen, sind wir da noch nicht. Wo da die Zukunft hingeht, muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich nicht vorhersehen, das ist ziemlich Glaskugel-Leserei. Ich glaube, dass man als letzte Kontrollinstanz immer noch dabei sein wird, auch wenn die KI vielleicht nicht mehr nur 80 Prozent, sondern vielleicht schon 90 Prozent schafft. Wie sollten denn eigentlich Unternehmen vorgehen, um ihre Mitarbeiter auf die Integration von KI im bestehenden Seed auch entsprechend vorzubereiten? Oder wie sollte man überhaupt umgehen, um seinen Mitarbeitern den richtigen Umgang mit dem Thema KI und Prozessmanagement beizubringen? Ich sollte vielleicht jetzt nicht meine geheimen Produktionsprozesse nachfragen jetzt bei einem öffentlichen KI-Anbieter, der dann das Zeug irgendwo hinspeichert, denke ich mir mal, oder? Ja, also da gibt es natürlich auch Modelle, dass ich das so abonniere, dass das nicht sozusagen zur öffentlichen Wissensmehrung beiträgt. Das ist das eine. Aber ich denke, dass man das so Use-Case-weise betrachten soll. Also wenn wir im Bereich der generativen KI sind, ja, warum nicht mal das im Marketing bestimmte Use-Cases ausprobieren? Wenn ich analytische Problematiken nachvollziehe, warum nicht mal tatsächlich im Finanzbereich irgendwelche Use-Cases dazu identifizieren? Und ich glaube, wenn man mal so drei, vier Use-Cases durchgegangen ist, dann entsteht ja auch eine Eigenentwicklung und ein eigenes Ideenreichtum bei den Mitarbeitern. Ich glaube, das kann man schon machen. Aber es ist, glaube ich, so disruptiv, dass man da durchaus mal schulend, anleitend den Mitarbeitern beiseite stehen muss. Das wird sich schon so ergeben. Auch wenn es jetzt vielleicht heute noch nicht in jeder Branche so der Fall ist. Aber wir beobachten, dass ganz viele Unternehmen das schon sehr, sehr intensiv nutzen. Und ich glaube, da wird es irgendwann mal so eine Schere geben, die Unternehmen, die das für sich verinnerlicht haben. Und ich glaube, die werden dadurch erfolgreicher sein. Im Vergleich zu denjenigen, die das eher ab während vielleicht betrachtet haben und sich da nicht mit beschäftigt haben. Ich glaube, das Thema muss auf die Agenda. Also wir bauen dann auch Prozesse über den richtigen Einsatz von KI wahrscheinlich. Und damit haben wir wieder einen Teil von unseren Unterstützungsprozessen vielleicht auch. Genau so, ja. Hast du vielleicht, du bist ja in ganz vielen Unternehmen unterwegs, also auch in der Prozessberatung und so weiter. Hast du schon Beispiele vielleicht, wo die KI wirklich erfolgreich ins Prozessmanagement integriert wurde? Also nicht zur Verbesserung des Kernprozesses, selber, sondern im Bereich des Prozessmanagements. Also der einzige Einsatz, der mir tatsächlich einfällt, ist im Bereich Auditing. Ja, wo man damit rumspielt, muss man fairerweise aber auch sagen, das hat immer noch nicht den Produkt, also den, wie soll ich sagen, das hat immer noch nicht den Stand, dass man das der KI allein überlässt, sondern auch da sind sozusagen Vorschlags, eine Zusammenarbeit in Form von, die KI macht Vorschläge, die dann nochmal zu validieren sind durch den Mitarbeiter. Wie siehst du das? Hast du auch vielleicht irgendwelche Bedenken beim Einsatz von KI? Ich sage jetzt mal, Ethik oder Dinge, die man vielleicht nicht tun sollte, kann man alles damit machen? Insbesondere auch jetzt so Richtung, also Prozessmanagement und so weiter. Was sollte man vielleicht lassen auch? Ja, ich glaube, es gilt die alte Grundlage, Bullshit in, Bullshit out. Also wenn ich an der KI unzureichendes Datenmaterial zur Verfügung stelle, dann wird auch die KI nicht daraus kluge Schlüsse ziehen können. Das wird nicht der Fall sein. Das gilt aber ganz generell, unabhängig jetzt vom Prozessmanagement. Natürlich haben wir dann auch noch so ein paar Fragen wie Urheberrechtsverletzungen und so. Das ist im Moment im Rechtsraum noch nicht geklärt, wie wir damit umgehen wollen, beziehungsweise die Regelung, die wir gerade haben, unterbinden eigentlich jede Menge Anwendungsszenarien, an denen aber vielleicht schon gearbeitet wird. Ja, um es vielleicht mal so auszudrücken, da geht gerade der Rechtsraum ein bisschen auseinander zu dem, was in der Praxis stattfindet. Das wird also erstmal wieder irgendwann in ein paar Jahren wahrscheinlich zusammengefügt und kanalisiert werden müssen an der Stelle. Ja, ethische Fragestellungen natürlich, wenn wir über personenbezogene Daten reden, dann ist schon die Frage, was eine KI daraus alles an Wissen gewinnen wird oder die Kombination von verschiedenen Datentöpfen, die dann auch vielleicht personenbezogene oder gar gesundheitsrelevante Daten vielleicht berücksichtigt. Ja, ich glaube, da gibt es jetzt mal ein paar Dinge, die sollten wir nicht tun. Aber wie gesagt, im Moment ist das noch ein Stück weit rechtsfreier Raum beziehungsweise der Rechtsrahmen, der da ist, ist zu limitierend, als dass wir mit dieser Technologie noch weitere Erfahrungen machen können. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Aber das sind so Grenzräume, denke ich. Glaubst du, dass überhaupt der Regulierer, die Politik, die Gesellschaft, der Entwicklung überhaupt hinten nachkommt im Moment? Also ich habe das Gefühl, wir waren da völlig überrannt. Also die Technologie, die sich in den letzten anderthalb Jahren einfach in der breiten Masse und Mehrheit der Menschheit auch gezeigt hat, die jeder nutzen kann, die ist ja einfach auch rasant gewachsen. Und ich habe das Gefühl, dass also alles so wirklich hinten nachhängt. Ich glaube, wenn wir das etwas größer ziehen als den deutschen Rechtsrahmen, dann werden wir da schon nachkommen. Also es gibt ja durchaus Länder, die da auch sehr, wie soll ich sagen, proaktiv dran arbeiten. Und tatsächlich auch die KI-Norm der Europäischen Union ist ja erstmal ein gutes Rahmenwerk, an dem sich gerade beispielsweise die Amerikaner orientieren. Ich glaube, wir kriegen das schon in den Griff. Die deutsche Politik und die deutsche Bürokratie würde ich da vielleicht nicht als federführend bezeichnen, um es vielleicht so auszudrücken. Ja, da haben wir auch die Verbindung vielleicht wieder zur ABMP in den USA. Ist es dort auch ein Thema? Wie siehst du das, die Vernetzung da zwischen dem deutschen sprachlichen DACH-Chapter und den USA, der Mutterorganisation eigentlich? Also wir beobachten, dass die ABMP ganz viele Veranstaltungen und Konferenzen zu dem Thema besucht oder veranstaltet. Also das Thema ist auf jeden Fall da. Das Thema wird auch intensiv diskutiert und auch sicherlich bearbeitet. Aber es ist Work in Progress. Also da würde ich jetzt noch nicht sagen, was finalisiert wäre. Erzieht sich zumindest meiner Kenntnis. Ich habe das Gefühl, wir sind gerade zu einem Punkt, wie das Internet wurde erfunden und auf einmal kann es jeder nutzen und dann ist erst mal Wild-West-Zeit und dann muss man schauen, wie wir das irgendwie in vernünftige Bahnen bringen. Also das Gefühl habe ich auch bei dem Thema KI irgendwie. Wie schaut es aus mit dem Thema Bildung und Weiterbildung? Also sowohl für die kommenden Generationen, die irgendwann am Arbeitsmarkt kommen, dass man jetzt sagt, man müsste es eigentlich einbauen, tatsächlich schon in die Schulen jeglicher Couleur, dass die einfach damit lernen umzugehen und auch richtig umzugehen. Aber auf andere Seite auch die Mitarbeiter im Unternehmen, also die muss ich ja auch irgendwie damit ranführen, Bilden und Schulen und so weiter. Brauchen wir einen komplett neuen Bildungsansatz für dieses Thema? Ich bin überrascht von dem, was gerade im Schulbereich passiert. Also es gibt ja tatsächlich einige Schulen, die sagen, wir kriegen das Thema nicht mehr weg, also müssen wir damit irgendwie umgehen und haben sozusagen schulinterne Regelungen dazu aufgebaut, wie beispielsweise in, keine Ahnung, Hausaufgaben und Studienarbeiten und so weiter mit dem Thema KI umzugehen ist. Das sind aber im Moment noch so isolierte Regelungen. Also da haben einzelne Schulen und einzelne Hochschulen sich Regelungen zu überlegt. Da waren die schon sehr proaktiv, was das Thema angeht. Persönlich glaube ich, dass die jungen, sagen wir mal, Hochschulabsolventen oder die, die aus der Ausbildung kommen oder so mit dem Thema einfach ganz natürlich umgehen, wie sie heute auch mit dem Smartphone umgehen. Die werden das Thema sicherlich in die Betriebe bringen. Wie das mit den, sag ich mal, traditionellen, konservativen, altgedienten Unternehmen und Unternehmensmitarbeitern passieren wird, das wird sicherlich nur durch Impulse der Weiterentwicklung oder der Weiterbildung irgendwie erfolgen können. Aber ich glaube, wir brauchen da was. Ich glaube, die Unternehmen, je schneller man das adaptiert, umso mehr Vorteile kann man da rausziehen. Ja, ich habe da mal einen ganz pfiffigen Lehrer kennengelernt, der hat mir gesagt, ja, er nutzt also KI tatsächlich auch in der Schule, indem er eine Prüfungsaufgabe nimmt, lässt die von der KI quasi beantworten, gibt die den Schülern und den Kindern und sagt, diese Aufgabe wurde von der KI bearbeitet, das sind die Lösungen, prüft nach, ob die richtig sind und begründet, warum sie vielleicht möglicherweise falsch sind. Also, dass es genau umgedreht hat, um eben auch dann rauszunehmen, dass man eben die Aufgabe einfach durch die KI entsprechend bearbeiten lässt. Ja, ich sehe da Parallelen zu dem, was wir beispielsweise gerade da in der Pharma- und Biotechnologie besprochen haben. Ich muss halt wieder begründen, wie bestimmte Ergebnisse zustande gekommen sind und wenn die KI mir diese Begründung nicht gibt, dann muss ich natürlich selbst das Vermögen haben, das auch mal zu validieren. Genau, aber cool, ja, coole Idee von einem Lehrer. Wir haben ja bei dem Thema KI ein Riesenthema, also Datenqualität, Datenmanagement beim Einsatz von KI. Also, du hast es vorhin schon gesagt, eigentlich, kommt Schrott rein, kommt da Schrott hin, wieder raus. Jetzt haben wir ja in vielen Unternehmen schon auch ein Datenqualitätsproblem. Also, wir haben zwar ganz viele, die da sind, aber die wenigsten Daten sind wirklich validiert und Ähnliches. Wenn ich jetzt meine eigene Unternehmens-KI trainiere, wie wichtig ist dieses Thema, dass ich mich also auch das Thema Datenmanagement ernähre, das ist ja eigentlich die untere Ebene eigentlich, wo dann die Prozesse auch aufsetzen können. Hätte ich bessere Daten, könnte ich auch bessere Prozesse bauen. Wie siehst du das? Ich habe das Gefühl, dass dieses Bewusstsein dafür gerade wächst. Wenn wir mal auf so Konzepte wie FAIR schauen oder Data Governance oder so, die gerade auch ein Stück weit an Gewicht gewinnen, dann liegt das nicht zuletzt auch daran, dass die Unternehmen erkannt haben, dass, sag ich mal, irgendwas darauf aufzusetzen, natürlich eine Datengrundlage erfordert. Aber die Unternehmen, die sich natürlich über 42 Excel-Tabellen, 16 Access-Datenbanken, irgendwie noch so ein nebenbei-CRM-System, sozusagen durch ihr operatives Geschäft arbeiten, ohne dabei entsprechende Abhängigkeiten, Strukturen und so weiter mal gedanklich zu durchdringen, die werden schwer haben, mit solchen Ansätzen zu arbeiten. Also das ist schon die Daten, also Daten sind schon die Grundlage für im Grunde genommen alles, was wir im Prozessmanagement machen, insbesondere in der Prozessautomatisierung, aber natürlich auch alles, was wir in Richtung Machine Learning, KI und welche Konzepte da auch immer noch folgen mögen, das sind schon die Hausaufgaben, die man vorher mal gemacht haben muss. Kann das sein, dass das eben auch ein, ich sag mal, ein Brennglas oder ein Kalkulisator wird, der also viele Unternehmen vom Markt fegen wird, weil sie sich nicht rechtzeitig um diese Themen gekümmert haben? Die haben zwar mal als nicht ein gutes Produkt gebaut, ja, aber dadurch, dass sie es nicht geschafft haben, wirklich ihre internen Abläufe und ihre Daten auf die Reize zu bekommen, sie einfach irgendwann überrannt werden? Ich gehe davon aus. Also wir erleben das auch gerade, jetzt mal losgelöst von der technologischen Frage, durch regulatorische Vorschriften, also sind wir in der Versicherungsbranche oder meinetwegen noch wieder in der Pharma oder so, da gibt es mittlerweile so viel Regulatorik, die auf diese Datenqualität einzahlt. Ich glaube, wenn das auf diese Unternehmen so einstürzt, dann werden die irgendwann, also gibt es bestimmte Unternehmen, die irgendwann mal überfordert sein werden damit. Wie siehst du denn eigentlich so ein gutes Zusammenspiel, so eine gute Zusammenarbeit zwischen menschlichen Prozessmanagern und dem Thema Assistent, der halt ein Computer ist? Wie kann so eine Interaktion gut funktionieren? Wie kannst du dir das vorstellen? Vielleicht auch ein visionäres Bild. Was hast du da so weit im Kopf dazu? Ich glaube, dass es auch über die nächsten Jahre da weiterhin eine Koexistenz gibt und dass die menschliche Intelligenz nicht deswegen abgeschafft werden muss, weil wir jetzt eine künstliche Intelligenz haben. Ganz im Gegenteil, ich glaube, im Moment müssen wir erstmal eine ganze Menge menschliche Intelligenz investieren, um überhaupt künstliche Intelligenz irgendwie in sinnvoller Anwendung zu bringen. Also ich sehe das eigentlich eher, dass wir das, ja, dass wir da eher Kollaborationspartner sein wird. Die KI wird für uns Kenntnisse generieren, Vorschläge machen. Wir müssen die nochmal validieren mit anderen Konzepten, die uns vorliegen. Also ich würde behaupten, in den nächsten fünf bis zehn Jahren werden wir da eher die Kollaborateure sein. Ansonsten ist das eine Vision, weiß ich nicht, aber eher ein Wunsch. Ich würde mir wünschen, dass die KI uns eigentlich eher von den Themen entlastet, die so Low-Brain-Activity sind, um es vielleicht mal so auszudrücken. Also es macht wahrscheinlich ja vielen Leuten viel mehr Spaß, geistigen Herausforderungen zu folgen, als sich jetzt jeden Morgen Gedanken darüber zu machen, wie jetzt die Rechnung 243 einzubuchen ist, weil sie das sowieso 50 Mal am Tag machen. Ist das dann noch KI? Weiß ich nicht, können wir darüber diskutieren, aber ich hoffe, dass die KI zu einer Entlastung wird, damit wir mehr Spaß an der Arbeit haben werden. Also tatsächlich dann die Automatisierung, die KI auch wirklich nutzen, dann für eine wirklich komplette Verarbeitung von bestimmten repetitiven Standardprozessen. Ja, genau. Heute Morgen wäre ich gerne ins Büro gekommen und die KI hätte mir gerne schon die Kaffeemaschine einschalten können. Das hätte ich als echt einen Mehrwert wahrgenommen. Ja, das ist richtig. Das wäre das Thema. Jetzt haben wir ja bei den, gerade bei den Tool-Herstellern, ja, jegliche Couleur, die also die ganzen BPN-Suiten herstellen, das sind ja oft nicht On-Premise-Lösungen, sondern ganz viele Cloud-Anbieter auch. Also die haben ja eigentlich den riesigen Datenbestand von Prozessen, wenn man es mal ganz glatt sagt, auf ihren Servern. Die könnte ich ja nehmen, tatsächlich auch als Trainingsgrundlage für eine KI, um zu sagen, das sind Standard-Prozessmodelle, da kenne ich einfach Muster drin. Was denkst du da drüber? Und dann könnt ihr ja auch dann so eine Suite zum Beispiel Vorschläge machen, der typische Einkaufsprozess würde eben zum Beispiel so ausschauen. Werden da nicht alle die gleiche Firma? Ja, mit Sicherheit. Also ein Teil unserer Prozesse sollte ja im besten Fall wettbewerbsdifferenzierend sein, dass der Kunde sich für uns entscheidet und nicht für den Wettbewerb. Und da können wir natürlich nur sehr begrenzt auf generische Vorschläge, setzen, die vielleicht eine KI für mich und aber auch andere Unternehmen generieren würde. Das ist im Übrigen auch eine Entwicklung, die wir so seit den 90ern so beobachten. Also ganz viele Unternehmen haben sich SAP beispielsweise angeschafft und auf einmal arbeiten alle Unternehmen so wie SAP das wollte und verlieren ein bisschen ihre Wettbewerbsfähigkeit. Das Gleiche würde ich für die KI gelten lassen. Aber tatsächlich sind die Datentöpfe natürlich spannend. Ich glaube, dass viele Unternehmen Spezial-KI-Einsätze haben werden, weil sie für bestimmte Aufgaben oder für bestimmte Problemlagen nur sie selbst die Daten haben. Keine Ahnung, Produktionsmaschinen, die nur ihnen zur Verfügung stehen oder so, die Daten generieren. Da wird es eine lokale KI sicherlich geben und die macht bestimmt auch Sinn an der einen oder anderen Stelle. Wenn ich an so generische KI denke, die, sag ich mal, alle Fragen dieser Welt beantworten sollen, dann wird es da nur noch wenige Player geben können, weil nur wenige Player einfach diesen Wust an Daten irgendwie für sich verfügbar gemacht haben. Das wird eine Google sein, das wird vielleicht eine Apple sein, das wird vielleicht eine SAP sein, das wird vielleicht eine Amazon sein, weil die einfach sehr frühzeitig schon die Datensammler waren, die sie jetzt als Fundus nehmen können, um ihre KIs zu trainieren. Das ist für ein kleines Unternehmen ja kaum noch so in der Form möglich. Würde mich wundern, wenn da nochmal eine große Verschiebung stattfinden würde. Also der Bau der KI als solches, der Algorithmik, die dahinter steht, um schnell lernen zu können und so, da wird es schon noch Anbieter geben, aber diejenigen, die Datentöpfe haben, werden sicherlich die sein, die die erfolgreichsten Anbieter sein werden im Markt. Da kann ich mir auch vorstellen, dass ein sehr großer Anbieter von Steuerberatungssoftware aus Nürnberg einen riesigen Datentopf hat, der letztendlich so ziemlich alles über die Unternehmen weiß, was an Rechnungen rausgeht. Ja, natürlich, aber auch das ist eine, also würde ich auch eher als Spezialki bezeichnen, weil die natürlich in ihrem eigenen Datentopf ihre eigenen Analysen oder ihre eigenen Erkenntnisse raus sammeln werden. Die werden das nicht mit, sag ich mal, Rechnungspositionen in you name it, Singapur abgleichen können. Jetzt hast du gerade gesagt, dass diese Spezial-KIs, die bestimmte Probleme im Unternehmen anpacken und lösen und so weiter, dass die mit Sicherheit ein ganz großer Wettbewerbsvorteil werden für die Unternehmen, die das einsetzen. Jetzt muss ich ja auch offen sein für sowas. Also welche Fähigkeiten sollte ich jetzt als Unternehmer, als Geschäftsführer, als CEO mitbringen, antriggern und tun, damit ich da am Ball bleibe und ich, also auch die, in der Fläche, gerade von einem größeren Unternehmen vielleicht, das sagt, Mensch, macht euch darüber Gedanken, wie kann ich das fördern? Was muss ich da tun? Bin ich jetzt auf dünnem Eis unterwegs, aber ich würde mal sagen, meine Datengrundlage in den Griff kriegen, erstmal verstehen, was für Daten ich in meiner Organisation habe. Viele Unternehmen wissen das auch gar nicht. Also das zu verstehen, dann den Zugriff auf diese Daten ermöglichen, da reden wir von irgendwelchen APIs, irgendwelchen Schnittstellen, die es mir ermöglichen, überhaupt an diese Daten ranzukommen. Dazu auch eine Kompetenz aufzubauen, in dem Sinne, dass ich überhaupt Mitarbeiter habe, die wissen, wie ich aus verschiedenen Datenquellen zu einem gemeinsamen Datenbestand komme, der auch irgendwie eine Datengrundlage für irgendwelche Auswertungen sein kann. Also die Kompetenzen sind sicherlich sehr ähnlich zu dem, was wir vielleicht früher so Business Intelligence genannt haben. Also erstmal dieses ganze Datenmanagement-Zeug. Und was ich dann sicherlich auch brauche, ist jemand, der einen Blick hat auf die Rechenpower, die ich benötige. Also KI ist nichts, was ich in der Regel irgendwie sinnvoll auf meinem Laptop laufen lasse, sondern in der Regel brauche ich da große Rechenkapazitäten. Und da muss ich natürlich auch aus Unternehmenssicht eine Strategie haben. Ist das etwas, was ich selber vorhalten will? Ist das ein Dienst, den ich einkaufen will? Ja, Stichwort Cloud-Technologien. Also da eine Architektur und konzeptionelle Grundlage zu schaffen, damit ich das überhaupt mal einsetzen kann, ist, glaube ich, eine Aufgabe, die besser jetzt zu erledigen ist, als in fünf Jahren. Das, glaube ich, ist genau der Weg, den du gerade aufgezeichnet hast, dieses Thema Daten in den Griff bekommen. Mir fällt nur gerade im Moment nicht sofort ein Bild eines Geschäftsführers ein, der sich also um die Daten in seinem Unternehmen wirklich so drum kümmert. Also ich glaube, an dem Punkt müssen wir vielleicht noch ein bisschen auch Überzeugungsarbeit leisten. Also ich kenne genügend Geschäftsführerunternehmer, die sind klasse beim A-Kunden akquirieren, die sind das Gesicht der Firma nach außen, die kümmern sich um alles Mögliche. Aber wirklich dieses, ich gehe da jetzt rein und ich will das haben, dass das auf die Reihe gebracht wird. Ich glaube, da muss noch viel passieren. Das ist so meine Einschätzung dazu. Ja, ich glaube auch, dass das bei kleinen Unternehmen so ist und sicherlich auch bis in den Mittelstand hinein. Irgendwann hat man mal die Ressourcen dafür, da auch Leute vielleicht für einzusetzen, sich im Auftrag des Unternehmens damit beschäftigen können. Nichtsdestotrotz, ich glaube, dass das ein ziemlicher Umbruch sein wird. Aber es gibt natürlich auch heute noch Handwerksbetriebe, die keine Webseite haben, um noch mal zu reflektieren auf das Thema Internet. Und vielleicht gibt es auch in zehn Jahren Handwerksunternehmen, die noch nicht mit einer KI arbeiten. Das kann natürlich auch sein und trotzdem noch im Markt existieren. Aber ich glaube, das wird die Ausnahme bleiben. Ich glaube, der Großteil wird sich damit beschäftigen müssen, so wie es der Großteil mal für eine Webseite entschieden hat, wird sich auch der Großteil mal mit KI-Fragestellungen beschäftigen müssen. Und wenn er nur zu der Erkenntnis kommt, das taugt nicht für uns, aber dann hat er sich zumindest mal damit beschäftigt. Was ist so dein letzter persönlicher Rat an die Prozessmanagement-Community, an die ganzen Prozessmanager da draußen? Was möchtest du ihnen noch mitgeben und loswerden? Ja, also, dass KI in allen Prozessen irgendwie wieder sich wiederfinden wird oder sich wiederfinden kann, vielleicht so. Wir werden in den Personalprozessen sicherlich damit zu tun haben, da werden wir arbeitsrechtliche oder legale Fragen sicherlich zu klären haben. Aber auch, was das ganze Thema Weiterbildung angeht, ich glaube, da wird uns auch KI ganz viel unterstützen in der Zukunft. Ich glaube, dass in den Unterstützungsprozessen die KI uns stark entlasten wird an der Stelle. Ich persönlich glaube nicht daran, dass in den Kernprozessen die KI eine solch große Rolle spielen wird, weil das in der Regel eine sehr unternehmensindividuelle Fragestellung ist und die KI wahrscheinlich Schwierigkeiten haben wird, wie ein Zielsegment, wie ein Markt zu funktionieren hat. Also diese Prozesse sind ja üblicherweise irgendwie kunden- und marktorientierter an der Stelle unterwegs. Und was ich glaube, dass auch für das ganze Thema Unternehmenssteuerung die KI uns irgendwann mal entscheidende Hinweise geben wird, ob sie die Entscheidung für uns trifft, da habe ich nochmal eine Frage dran. Ich glaube, wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen. Ich glaube, wir müssen in einer Breite ganz viel Weiterbildung betreiben, Erfahrungen sammeln an der Stelle. Und ja, du hast es gerade gesagt, die Wild-West-Zeit, also im Moment gehen noch ein paar Dinge, die werden vielleicht in Zukunft nicht mehr gehen. Aber die Erfahrungen, die wir unterwegs sammeln, sind da, glaube ich, ganz wichtig. So ist das halt bei technologischen Umbrüchen. Wir werden jetzt mal ein paar Jahre durch diese Phase durchgehen müssen, bis wir irgendwie ein klares Bild und eine Struktur haben, in der wir dann da wieder mit der KI arbeiten könnten. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch und dass du die Zeit übernommen hast. Ich glaube, wir bleiben zum Thema KI noch mehr in Kontakt und ich freue mich sehr und für alle. ABBMP holt euch die Sachen. Es lohnt sich nämlich wirklich. Ja, IPM Common Body of Knowledge. Ansonsten weitere Informationen ergänze ich jetzt hier einfach gerade mal unter der abpmb.de sind mehr Infos zu finden. Genau. Links sind nötig in der Videobeschreibung unten drin. Herzlichen Dank, Björn. Wir bleiben in Kontakt. Sehr gern. Servus. Tschüss. Welchen zentralen Impuls aus diesem tollen Gespräch konnten Sie für sich mitnehmen? Ich bin sehr gespannt. Schreiben Sie mir doch Ihre Antwort in die Kommentare, damit wir gleich im Nachgang zu dem tollen Video auch gemeinsam als Community eine Diskussion starten können. Ich freue mich auf Ihre Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.